Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Vorhand auf, das Spiel beginnt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Amsid 2 der Omnibus-Demolator. Es geht weiter mit der Linie 152 mit Nick, Gerd und Benny. Hallo. Guten Tag. Wir fahren VDL-Citya vom Bahnhof Eichschönhöhe, ich liebe diesen Bahnhof, nach Breckerfeld und der Nick fährt die Gegenrichtung. Genau, mit dem Obino 12 der dritten Generation. So. Einmal quittieren, damit der rumschildert. Nachdem der erste Schock dann rum ist, ey. Das kommt übrigens ins Best-Off. Ich wollte es nur schon mal gesagt haben. Habe ich Abfahrt? Es hat gepiept. Bei mir steht noch, bitte warten. Und bei mir hat es gemacht. Also, ja, null. Ich habe Abfahrt. Ich fahre einfach auch. Ne, ich fahre nicht, weil der Gang nicht drin ist. Aber weißt du, Jenny den Garten am Machen halt und... Hallo. Wer kann denn auf einmal ahnen, dass Wolfgang dann Loki animiert von wegen, komm her. Und ich hörte Jenny nur schreien und ich denke mir, oh scheiße, jetzt hat der Hund in der Nachbarwohnung mal eine Durchsuchung angestrebt. Das war jetzt wahnsinnig klug. Ich hatte den Motor gar nicht an. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich den vorher nochmal ausgemacht habe, nachdem ich hier vorgefahren bin. Sehr intelligent. Kenn ich. Ist mir aber auch schon passiert. So ist es nicht. Est-Off lässt grüßen. Warum fährt er es nicht? Du fährst keinen E-Bus. Ne. Ich erinnere mich auch an eine Szene aus dem Train-Simulator, wo wir am Münchner Hauptbahnhof stehen und Nix sich fragt, warum die Lok nicht fährt. Da kann ich mich nicht gerade erinnern. Ja, weil er vergessen hat, den Stuhl auf dem mal zu heben. Sachen gibt's, ne? Ja. Ach, sind wir wieder am Bahnhof Eichenhöhe, ja. Boah Gott, ey. Ich bin mit diesem Bus ewig nicht gefahren. Oh, was ist denn jetzt hier? So. Bei wem haben sie gerade gemeckert? Bei Mario, wenn dann. Nein, doch. Nein, doch. Oh. Na, doch. Ja, komm, mach grün. Wir fahren übrigens am Sonntag. Irgendjemand? Nein, heute nicht. Wir fahren am Sonntag, deswegen fahren wir über den AVG-Betriebshof. Aufstrichen der Linie 151. Hä? Willst du mich verarschen? Ihr habt doch 152 eingegeben vorhin. Wollt ihr wahrscheinlich auch nie mit. 152 Route 11. Breckerfeld. Hä? Aber an der ersten Haltestelle sind sie doch auch eingestiegen. Am Rebstock. Nein, nix. Nix Rebstock. Du doof? Ah, jetzt lässt er die Haltestelle nicht schalten. Na ja, vielleicht checkt er es gleich an der Haltestelle, dass wir, dass da eine zu weit ist. So, die Frage ist hier jetzt, Sportpark Seppenfeld. Ah ja, er hat es automatisch kapiert, dass ich schon eine weiter bin. Sehr gutes Fahrzeug. Aber ich muss sagen, er fährt sich tatsächlich ganz angenehm. Jetzt kommt am Rebstock. Ich hoffe, er hat das kapiert. Ist übrigens die ZF-Ecomat-Version mit Morphe-Soundpack, von dem ich nicht weiß, ob es das überhaupt noch gibt, ehrlich gesagt. Ja, wenn dann, glaube ich, im OMSI-Forum. Ja, wenn überhaupt im OMSI-Forum. Ei, ei, ei. Ja, er hat es kapiert. Ui. Ist aber relativ laut, der Karren. So, sind wir noch bei der 152? Ja. Wofür ist hier eigentlich so lange rot, wenn da einmal in der Stunde ein Auto von rechts kommt? Das weiß niemand. Das will auch niemand wissen. Oh, ein kleiner Kreisel. Hallo, hallo. Guten Tag. Ei, ei, ei. Ruckel, ruckel, ruckel. Können wir mal Licht anmachen. Völlig überbewertet. Ist schon echt dunkel. Ja, der VDL hat ja so schön getönte Scheiben. Ja, der VDL hat ja so schön getötet. Hier hatte jemand Bock auf Kreisverkehre. Und rein mit euch. Nee, doch. Regnet das jetzt hier? Schweinerei. Bis eben war es voll schön. Was hat er denn jetzt angestellt? Ich höre nur, du kommst rein, wenn du nicht spurst. Ja, der Hund ist manchmal... Ähm, ja. Schauber abgelöst. Jetzt habe ich die ganze Zeit den Kollegen hinter mir. Das ist der Ersatzbus, falls du einen Unfall baust. Achso. Oder falls der VDL irgendwie mit einmal auseinanderbricht. Ja, oder falls er wieder irgendwas kann auch sein. Oder falls er wieder irgendeine random Macke hat und die Tür kaputt ist oder sowas. Das kaputt würde bei Mayo ja nie passieren. Buch meldet sich auf einmal mein Handy mit der Erinnerung, dass ich morgen Prüfung habe. Auch schön. Hast du morgen Prüfung? Ja, morgen und übermorgen. Oh, schön. Da freue ich mich schon total drauf. Ja, ist es bald soweit, ne? Ja. Ja, bis zur letzten sind es noch ungefähr acht Wochen, neun Wochen. So in die Richtung. Fennepot. Fennepot. Ähm. Macht das Spaß? Ja, guck mal. Fennepot. Ähm. Ich glaube, er hat sich jetzt beobachtet gefühlt, deswegen hat er damit aufgehört. Also wenn der nicht schwindig ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Fennepot ist der Kurzläufer, ne? Ja, den Kurzläufer, den ich nie verstanden habe. Ja, also als ich den Fahrplan durchgegangen bin, habe ich mir auch gedacht, warum? Das bringt doch überhaupt nichts. Naja, vielleicht ganz nett zur Erschließung des Wohngebiets, aber ansonsten. Ja, aber dann war es das auch schon. Fährt halt kombiniert mit der 137. Passt halt zeitlich. Ja, besonders der Kurzläufer habe ich geguckt im Fahrplan. Ähm. Einmal hin nach Fennepot, einmal zurück und dann wechselt da zweimal auf die 192. Hm. Okay. Eieieiei, scheppert das Ding, ey. Rappel, rappel, rappel. Fällt gleich auseinander. Ein älteres Fahrzeug, ne? Ja, das stimmt. Der darf das. Man muss ja leider sagen, mittlerweile klingen die meisten Neufahrzeuge ja nach drei Jahren so. Ach, hier wäre dann die Wendeschleife gewesen. Okay. So, jetzt kann ich den Kollegen hinter mir lassen, der steht nämlich jetzt an der roten Ampel. Schreberstraße. Ja. Schreberstraße. Ja. Äh. Ah, hier. Ne. Das stimmt so nicht. Zwei. Bitteschön. Äh. 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 Ja, ne, ist klar. Man kann mal über eine dreispurige Hauptstraße laufen. Ja, warum denn nicht? Wo auch immer die herkommt, aber ja. Vollkommen realistisch. Ja, leider ja. Hab jetzt nicht verstanden, was dagegen spricht. Ich finde ja diese, ach ne, warte mal, ich muss erst hinter der Kreuzung halten. Ich finde ja diese, äh, Computeransagen ganz furchtbar. Ja. 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 Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen darauf, äh, äh, daran, dass wir die ja in unseren Desiros im RE7 auch haben und das ist halt echt total Schaden. Bin ich ganz froh, dass wir die nicht haben. Er packt aber auch besonders gut, ey. Das, das Lustige ist auch, ähm, das ist zum Beispiel, also Endingen am, also wenn die, wenn die, ähm, Anschlüsse angezeigt werden, ne, wenn der kurz vorm Freiburger Hauptbahnhof ist. Endingen am Kaiserstuhl passt nicht ganz drauf. Das L fehlt am Ende an der Anzeige, ähm, in den Displays. Und das Ding ist aber, die Ansage sagt das dann genauso. Endingen. S11 nach Endingen am Kaiserstuhl. So. Toll. Genau das gleiche mit Villingen im Schwarzwald. Er sagt dann Villingen schwarzw, weil Schwarzwald halt mit schwarzw an abgekürzt wird. Ergo, der liest nur vor, was da steht. Ja, das halt beschissen. Endinge am schwarzw. Ich verstehe es aber auch sowieso nicht, weil in den Mireos haben sie ihre typischen selbstgesprochenen DB-Ansagen. Wie sieht die... Wer ist denn? Die DSIOS? Bei uns haben wir auch selbstgesprochen, ne? Ja. Also, keine Ahnung warum. Ist aber für den Arsch. So viel kann ich wohl sagen. Weil bei uns die DSIOS HC, die haben auch diese Computerstimme. Ja, ja, ich weiß. Klingt bei euch genauso scheiße wie bei uns. Besonders bei uns sagen sie nicht. Wenn du verspätet bist, planmäßige Ankunft, bla bla bla. Heute, bla bla bla. Naja, das verstehe ich auch nicht. Das machen die bei uns nur bei den Anschlusszügen. Nein, der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Warum ist das so am laggen jetzt? Der hat sich den Hauptbahnhof reinlädt. Naja, ich bin ja schon vorbei, mehr oder weniger. Naja. Vielleicht dann auch rausgeladen. Ja, einfach Objekte wegklöppen lassen ist auch sehr anstrengend. Ja, bei OMS schon. Nimmt den Begriff nachladen. Wortwörtlich, der lädt den Bahnhof nochmal nach. Ja, ja. Ja. Hallo. Bin pünktlich. Achja, stimmt. Jetzt habe ich ja die 142 vor mir rum bummeln. Ich bin auch noch pünktlich, gleich wahrscheinlich nicht mehr. Valdoriastraße. Oh. 40 Minuten fahren wir. Ja, Valdoriastraße. Ich habe so Ewigkeiten kein Omse mehr gespielt, ne? Ja, ich in letzter Zeit auch wieder weniger. Ich will eigentlich, aber dann stehe ich im BBS vorm Dienstplan und denke mir so, ja, was fahre ich denn jetzt eigentlich? Und dann beende ich den BBS wieder und spiele TS. Ja, die Luft ist halt aktuell, was um sie angeht, halt einfach irgendwie, finde ich, so ein bisschen raus, weil einfach nichts großartig besonderes, neues, großes rauskommt. Ja. Ja. Ja, es sind ja ein paar schicke Karten in der Mache, aber dauert halt noch ein bisschen. Bei Manning, V2 kam jetzt, aber die habe ich, ich glaube runtergeladen habe ich sie aber noch nicht installiert. Geladen habe ich sie auch. Ich habe es da runtergeladen und mir fehlen irgendwelche Manning Objekte und ich habe aber keinen Bock gehabt, mir die jetzt irgendwie rauszusuchen. Musst du mal im Thread gucken, da ist, da ist ein Link zu den Manning Objekten. Ja, aber ich hatte keinen Bock mehr, die jetzt, da hatte ich jetzt, ne. Oder mir Bescheid sagen, ich schreibe den Entwickler an und der schickt sie mir. Ja. Braucht nur die richtigen Kontakte. Jo. Hoppala. Ja, ist ja gut. Ah, das ist wieder diese Kreuzung. Sempre, sempre. Ey, ey, ey. Ich wollte gerade sagen, mach mal jetzt langsam da. Der muss da durch. Der hat einen Arzt an Bord. Ach ja, lasst euch Zeit, ist kein Problem. Nur keine Hektik. Ne, bloß nicht. Morningxico Materium West. Ich hab keine Scheibe geht. Ich hab keine Scheibe gehabt. Ich hab CANsur. Ich hab keine Scheibe beispiel charge. Wir müssen die Arbeit. Ja, ich habe keinen Platz zu nehmen. Ich hab keine Scheibesehen. Ich hab keine Scheibe gemacht. Der hat jetzt dreimal das Rathaus angesagt. Willst du doch wissen, wo man ist? Zweimal davor, einmal dahinter. Das ist doch wichtig. Komm, fahr, Kerl. Ich erinnere mich wieder. Ich bin letztens schon mal so gefahren, die 152. Und da hatte ich den Penner da auch vor mir. Was soll uns das jetzt sagen? Dass das vermutlich vom Fahrplan so gedacht ist. Hat aber den Vorteil, ich kann jetzt zumindest für das kleine Stück, wo er vor mir bummelt, nicht falsch fahren. Ich bin ja wieder ohne Peile unterwegs. Wenn du nicht bis zur enthaltsgestelle hinterher druckst. Nee, dann ist was schiefgelaufen. Wie voll haben wir denn die Karre eigentlich? Oh ja, geht aber noch. War schon schlimm. Warum hängt Omsi jetzt? Das ist der denkbar dümmste Moment. Das ist doch immer so. Das ist wirklich der denkbar ungünstigste Moment, sich jetzt aufzuhängen. Wollen aber jetzt nicht alle hier mit, oder? Wo kommen die denn jetzt her? Ist hier ein Nest? Aus Klumpfhauchen, bitte. Ja. Was hat dann angestellt, dass du ihn geschimpft hast? Das passiert aber öfter, wenn man das vor sich hat. Ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, das ist Absicht und soll so einen Umstieg realisieren. Aber irgendwie andererseits denke ich mir auch, es könnte auch ein Bug sein. Oder einfach nur dummer Zufall, weil da halt nochmal aus welchem Grund auch immer Leute sporen. Du musst rechts rein und dann fährst du links rum. Ach ja. Ich sehe es gerade. War jetzt gerade etwas irritiert. Damit du an die Haltestelle auf der Hauptstraße wirst. Ja, das ist dieser nette Wendepunkt hier. Dieser nette. Ja, ja. Ja. War jetzt etwas irritated. Das ist gar nicht aufgefallen. Okay, jetzt weiß ich, warum sie Loki geschimpft hat. Loki hat die Katze gesehen und hat Kamm gestellt und war in ich-fress-dich-Position. Das letzte Mal war lustig. Wir haben neue Nachbarn im Haus gegenüber. Und es trennt ja dann nur so einen Weidezaun, so einen Drahtzaun halt. Ja. Und die Katze saß bei uns am Gartentor und guckte. Loki hat die erst überhaupt nicht wahrgenommen. Als Loki sie dann wahrgenommen hat, saß sie direkt vorne flach, hinten Arsch hoch und gucken. Und die Katze versteckt sich am Gartentor, geht ganz runter bis zur Mauer und am Gartentor guckt nur noch die Öhrchen ein Stück hoch. Und dann immer den Kopf ein bisschen angehoben, so nach dem Motto, guckt der noch, guckt der noch. Und dann ist sie dann rüber und dann ist Loki an den Zaun. Und dann fing er auf einmal, fing sie an, sich anzugucken, aber kein Brummen von Loki oder so, gar nichts. Nö, er wollte sie dann abschlecken. Habe mir auch gedacht, ja gut, der macht sein Essen vorher sauber. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Ja, das war knapp. Ei, 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 ei. Ruckla immer in den besten Momenten, ey. Sie kann das. Absolut, alter. Kommt der angeschossene, der Kerl. Ach schön, da vorne ist wieder ein Bus in Tarnfarbe. Hm. Geht das wieder los? Gladiolenweg. Ah, wir kommen uns gerade quasi entgegen. Ah. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, ich muss auch da... Ne, warte mal. Doch, ich muss da auch hin, ne? Bestimmt. Doch, weil ich muss da... Ja, ja. Ich erinnere mich. Ich habe gar keinen Führerschein gemacht, aber das erzähle ich niemandem. Deswegen verstehe ich gar nicht, wo das Problem ist. Sempre, sempre. Mein Kaffee ist gleich alle. Das ist ein Problem. Ja, das war ja nur sein Problem. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht mal sicher, ob das so wirklich ein Problem ist. Für mich ist das definitiv kein Problem. Ne, für mich auch nicht. Wenn Sie mir jemanden sagen, wo der Kaffee ist, also sage ich halt, ja, pfff. Was ist Pech? Boah, warum machst du denn hier jetzt so? Ne, dann sage ich Glückwunsch, musst du die Plöre nicht mehr trinken. Oder das. Aber ich muss immer noch sagen, ich finde die Matrix vom VDL, die finde ich echt nett. Hallo. Besonders, die kann ja auch mehrfarbig, ne? Betriebsfahrtschildert die zum Beispiel in weiß. Ja. Aber ansonsten ist es halt trotzdem noch ein VDL. Ja, mein Gott. Ne, ich habe den, ich bin ja einmal damit gefahren und dann hatte ich, glaube ich, den Bug, dass ich damit einfach dann nicht mehr fahren konnte. Ja, der hat so einen, der hat so einen netten Bug, dann funktioniert die Tür nicht mehr. Und seitdem hatte ich da irgendwie keine Lust mehr drauf. Ne, das ist, wenn du, wenn du quasi für Omsi-Verhältnisse ein Stückchen im Bordstein drin stehst. Da reicht auch nur so einen Millimeter und dann hast du halt schon verkackt, weil dann löst der die Haltestellbremse ja nicht mehr. Ist aber auch ein geiler Bug, hatte vorher noch keinen Bus, oder? Ne, aber das hat NX200 damals halt nicht mehr gefixt gehabt, weil die Community ja unbedingt diesen Bus haben wollte. Ja, ja, ja. Und da ist da ein Riesentheater gemacht worden. Achso, das war so, bringen den jetzt endlich. Und dann hat er sich gedacht so, ja, dann nehmt halt, aber ist halt buggy. Deswegen haben sich ja so viele gefreut, dass dann jetzt irgendwann auch der C2 kam, weil nach dieser VDL-Geschichte hat sich NX200 ja erstmal komplett zurückgezogen und hat gesagt, dass er es nicht einsieht, für eine derart undankbare Community noch irgendwas zu machen. Okay. Was ich nachvollziehen kann. Da ist wirklich übelst gehetzt worden über den VDL. Und dann hat man sich beschwert, dass er halt Bugs hat. Weißt du, manchmal bin ich so froh, dass ich nix lese aus der Omnesee-Community, außer das Einzige, was ich mache, ist wirklich Webdisk gucken, ob irgendwas Neues ist oder irgendwas Neues vorgestellt wurde. Ansonsten bin ich da komplett raus und ich glaube, es ist gut so. Definitiv, ja. Oh, bin ich immer noch prünktlich? Also ich lese auch in der Regel dann in den Showroom-Threads die Beiträge der anderen nicht, meistens zumindest. Sondern wirklich nur das, was der Ersteller postet und dann war es das. Und ich glaube, das ist auch kein Fehler. Müsste mal gucken, wie ich eigentlich in der Zeit bin. Ah, da ist der Gegenkurs, in Tarnfarbe. Nett. Tarnfarbe. Ja, die ersten Schilder werden jetzt auch schon rausgeladen. Es ist einfach wieder ein Träumchen. Läuft. Ja, ist aber immer so. Sobald man in OBS den Aufnahmen-Startknopf drückt, ist es vorbei. Kannst du vergessen. Hier am Rathaus habe ich mich jetzt gerade noch erinnert, als ich die 144 gefahren bin, dass ich ja auf die, aufs Überwerfungsbauwerk fahren muss. Müsste ja mir doch, er zeigt mir nur ein Plus an. Nur ein Plus heißt irgendwas unter einer Minute, oder? Ja. Da hat er einen Führerschein gewonnen. Ja. Na dann. Damit kann ich leben. Das war zu nah am Rand. Da sind wir gerade hier sind, fällt mir ein, bald ist ja die 164 bei dir dran. Ja. Das wird ein nettes Gekurbel. Ja, die 164, ja. Ich glaube, vorher kommen ja nur noch 153 und 154, oder? Das sind doch diese beiden nach Stölzen und Harpsen, oder? 156 auch noch. Ja, die kommt auch noch. Und nach der 156 ist dann auch bei Eichenhöhe erstmal wieder Schluss, bis zu 192. Zumindest was Start und Endpunkt angeht. Da kommt ja bald die 191. Ja, ja, da freut ihr euch auch schon alle drauf. Ab was freue ich mich. Ich habe das Gefühl, bei der 191 werde ich aus dem Fluchen nicht rauskommen. Äh, ja. Warum ist Omsi so? Ich verstehe es nicht. Lass es doch einfach sein. Warum soll ihr, was soll dieses Texturen rausgeladen jetzt? Das hatte ich noch nie so extrem. Also Mario, ich kann dir sagen, bei der 191 wirst du viel Fluchen. Gut. Man sucht ja mal nicht. Aber das kommt, wobei es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie die KI mitspielt. Ja. Dann werde ich fluchen. Ich starte jetzt nicht neu. Sehe ich gar nicht ein. Entweder fängt sich oder halt nicht. Nee, das sieht toll aus. Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein. Aber zumindest die Autos sind jetzt teilweise wieder da. Oh, weißt du, der Nick erzählt mir was von Texturen rausladen. Und jetzt fängt er bei mir mit der Performance an. Ja. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Oh, was du, Aldian, hättest. Ja, ich glaube, er fängt sich wieder. Da vorne sehe ich auch wieder eine Straßentextur. Oh, Bernauer Platz. Dieser Bus hält nicht am Ahlheimer Hauptbahnhof. Fahrgäste mit diesem Fahrziel steigen bitte hier um. Oh. Dieser Bus hält nicht am Ahlheimer Hauptbahnhof. Muss ich links hier, oder? Ja, ich muss links. Oh, jetzt habe ich gerade die Haltestellenbremse reingemacht. Willst du mich verarschen? Das ist doch immer so. Ja, ja, so ist das. Ja, nee, ist klar, Leute. Ich habe ja auch nur Vorfahrt. Aber fahrt ruhig alle. Guten Tag. Ich bin ja ein Gönner. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Das ist gut. Ja, ne? Das ist in der Straßentextur erkannt, ja? Genau. Oh, Holdau Postamt. Hier war ich ewig nicht mehr. Ich glaube, seit Ahlheim 4, also alle Linien, die ich bis jetzt gefahren bin, da ist keine zum Holdauer Postamt gefahren. Ja, aber eigentlich die 149 fährt er, glaube ich, dann. Ja, aber die bin ich ja noch nicht gefahren. Ja, 152. Dann 53. Warum kannst du die 152, wenn du die 149 noch nicht gefahren bist? Aber wenn du die 152 fährst, dann musst du doch die 149 schon gefahren sein. Ja, stimmt, hast du recht. Aber die hält hier nicht. Nee, nee, die hält er nicht. Nee, die 152 ist tatsächlich die erste. Ach, fährt die jetzt nicht gleich über diesen Autobahnabschnitt? Oder Bundesstraßenabschnitt? Ja, ja, tut sie. Ja, aber die 152 nur ein kleines Stück. Ja, ja, ja. Nur bis nach Listau. Ja, zur S-Bahn. Ja. Da wiegst du dann oben rechts ab auf der Brücke. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Die wollen aber viele Tageskarten bei dir. Also irgendwie die eine Straßendextur hier kriegt er nicht mehr auf die Reihe. Solange es nur die eine ist. Ja. Geht. Ich habe schon mit Schlimmeren gerechnet, als er da auf einmal angefangen hat mit Schildern und Autos noch. Aber das hat sich irgendwie relativ schnell wieder gefangen. Da dachte ich, ich stehe gleich auf einer leeren Kachel. Hätte auch was. Ja, aber es ist total toll. Ja, peinlich ist es nur, wenn du dich auf der leeren Kachel verfährst. Ja. Es sollte dir dann zu denken geben. Wiederum ganz schön nice wäre es, wenn ich über die leeren Kacheln den Weg zum Eichenhöher Bahnhof finde, dann neu lade und einfach perfekt am Haltepunkt stehe. Hm. Ich glaube, die Chancen sind recht gering. Das ist ja jetzt Quatsch. So, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich lang muss. Links. Ach ja, genau. Stimmt. Mit der 136 sind wir gerade ausgefahren. Die habe ich auch aufgenommen. Richtig. Ich erinnere mich wieder, weil deshalb war ich mir jetzt gerade nicht sicher, wo lang. Ich erinnere mich. Fennepot. 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 Tag, ihr Pappnasen. Kurzstrecke. Lohnt doch gar nicht. Da für die Einführung von Jahreskarten. Ja, ja. Hier haben sie 800 Euro in 10 Euro Scheinen. Oh, nice. Aber das 9-Euro-Ticket hätte man umsetzen können um 47 Euro. 49 Euro-Ticket. So aktuell sind die nicht. Ja, wobei, stimmt, das 9-Euro-Ticket, ja. Das 49er ja eigentlich schon wieder nicht mehr, weil das kriegst du ja immer im Busfahrer nicht. Ja, stimmt. Deswegen ja auch das 9-Euro-Ticket, was ich vorgeschlagen habe. Gab bestimmt Mods dazu, oder? Ja. Ich meine, ich hätte eine gesehen, ja. Oh, Junge, ihr habt aber jetzt ein Performance-Ding, ey. Huiuiui. Ach, die 189 hat die Endstation, ne? Ja. Warum? Mein Gott. Wenn er jetzt schon so am Fluchen ist. Ach ja, ist ja gar nichts. Mein Gott, ich habe das Gefühl, ich kann gleich nochmal zurückfahren und abgefallene Teile aufsammeln, so wie wir am Raffeln ist hier. Das ist aber abgefahren. Ich glaube, man hört gerade, das Auto von meinem Opa kann sein. Es hört gleich auf, bestimmt. Ja, Leute, ihr müsst jetzt hinter mir warten. Ich kann mich nicht auf die Linksabbiegerspur komplett stellen, dann habe ich keinen Platz, um rumzukommen. So ein Discord-Fair ist jetzt nicht wirklich. Ich habe eben nur ein kurzes Brrrrm gehört. Das kann aber auch bei mir gewesen sein. Das kann sehr gut das Auto gewesen sein. So ein T3 ist halt jetzt nicht gerade ein Elektroauto. Ja, der alte VW, sage ich ja. Jetzt mach doch grün auf der Linksabbieger. Was soll denn die Scheiße? Jetzt kriegen die gerade Ausfahrer wieder grün und ich immer noch nicht. Da haben wir Kontakte in der Straße. Da haben wir mal interessant zu wissen, ob das tatsächlich umsetzbar ist. Weil es gibt ja einige Sachen, die ich um sie nicht zugetraut hätte. Mittlerweile gibt es ja auch eine Mod für funktionierende Blitzer. Ja. Auch außerhalb des BBS. So, kann man jetzt. Kollegen haben wieder rot. Ich kriege keinen grünen auf der Linksabbieger. Also ich habe da grün gekriegt. So, jetzt ist die Fußgänger sind jetzt auch rot. Wir hätten vielleicht für dich eine Bedienungsanleitung an die Ampel hängen sollen. Ja. Na, wieder geradeaus, Fahrergrün. Ja, ist mir jetzt egal. Ja, mein Gott. Gas und Drubber. Ja, ich habe jetzt lange genug gestanden. Ich habe zwei Ampelphasen abgewartet. Hier ist auch wieder so ein Rubbel, der gerne in den Kreisverkehr geworden wäre. Ach, jetzt komme ich an die Stelle, wo Nick meinte, man hat gerne Kreisverkehre gebaut. Ja. Doch, Seppenfeld. Oh Gott. Hier hätte man auch Kreisverkehre nehmen können, über die man drüber fahren kann. Ja, einfach. Ja, warum sagst du nochmal Sportpark Seppenfeld? Ich weiß es doch. Möchtest du es vielleicht nochmal sagen? Ähm, Alter. Okay. Das war knapp. Ja, ich dachte, er fährt zumindest ein bisschen nach rechts, quasi, aus seiner Richtung gesehen. Dann sind wir ja beide gleich da. Das passt ja wieder perfekt. Die gleiche Liniefahrt, sollte das eigentlich funktionieren? Ja, das kommt aber ganz drauf an, wenn du Omsi-Hänger hast oder wie der KI-Verkehr im Moment drauf ist, Ampelphasen und so. Oder wenn du scheiße fährst oder wenn deine Linksabbiegeampel einfach nicht grün wird. Ja, ich würde da, glaube ich, immer noch stehen. So. Wenn die sagte, was mir zu nah am Bordstein und Haltestellenbremse löst nicht. Ja, du stießt quasi im Bordstein. Du stießt quasi im Bordstein. Das ist nicht nur nah, das ist schon mittendrin. Hast du jetzt gerade echt den Bug? Ja. Ja, hat er. Weil er halt im Bordstein steht. Aber das macht nichts. Ich löse jetzt den Fahrplan auf und positioniere mich einfach ein Stück weg. Glaube, das behebt das Problem nicht. Ja, weil er immer noch denkt, du stehst im Bordstein. Kann der Manuel denn die Bordstein-Bremse nicht lösen? Nein. Wenn du das Problem hast... Der Neuer kann das sowieso nicht. Wenn du das Problem hast, ist vorbei. Ja, so viel zum zeitnahen Eier gleichzeitig im Angriff. Ja, dann endet meine Folge gleich hier. Ja, ist auch schön da. Oh, kaputt halt, ne? Gut, dann schildern wir... Kannst machen nix. Schildern wir Betriebsfahrt, dass die Fahrgäste auch alle ausschreien. Oh ne, da fahre ich jetzt noch. Wenn sie das denn tun... Ja, das tun sie. Sind genauso buggy. Werkstattpersonal gesucht. Ja. Betriebsfahrt. Allerdings für den Bus. Und den Fahrer. Werkstattpersonal gesucht. Betriebsfahrt. Bei jedem Busunternehmen, wo Mario anfangen würde, wird direkt ein Mechaniker für ihn persönlich mit eingestellt. Ja, ich bin im Eimer, buchstäblich. Mario schafft Arbeitsplätze. Ein Loch ist im Eimer. Ja, also ich bin auch da. Komplett elektrik abschalten. Nein, das Problem behebst du nicht. Das ist ein Omsi-Bug. Das ist wirklich ein Bug im Skript einfach. Der versteht jetzt einfach nicht mehr, egal was du machst, der versteht einfach nicht, dass du die Haltestellenbremse löst. Du kriegst das akustische Signal, dass du die Haltestellenbremse betätigst, alles. Aber aufgrund des Skripts frisst er sich fest, der versteht es einfach nicht mehr. Das ist wie der Bug, der anfangs beim Iveco war. Beim Urban Way zum Beispiel und auch beim Julis Bus. Wenn du reparierst, dass er auf einmal wieder kaputt ist. Weil das Skript einfach nicht verstanden hat, okay, du hast das Fahrzeug repariert, sondern der war einfach auf dem Stand kaputt und dann ist er halt wieder kaputt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss bei Mario. Nee, bei Nick auch.